Hier sehen wir jetzt die Sorte Privat. Die Sorte Privat hat sich bei uns mittlerweile als die der sicheren Anbauweise in dem frühen, mittelfrühen Bereich etabliert. Ebenfalls auch eine mittelwüchsige Sorte, die ganz einfach in ihren Qualitätseigenschaften Körner, CCM und Qualitätssilagen. Die hohen Restpflanzenverdaulichkeiten sind für Sie in der Silage sehr, sehr wichtig und daher gilt diese Sorte für uns unter Ertragssicherheit auf allen Böden.